Herzlich willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo. In der neuesten Folge des eigenen Podcasts haben sich Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel über Dieter Bohlens Playback-Auftritt beim Finale von Deutschland sucht den Superstar ausgelassen. Am vergangenen Wochenende fand das große Finale der 20. Staffel von Deutschland sucht den Superstar statt. Wie in den vergangenen Jahren war auch Dieter Bohlen als Chef-Juror wieder mit von der Partie und wird auch in der kommenden 21. Staffel nach neuen Nachwuchstalenten suchen. Ursprünglich sollte die Show nach der Jubiläumsstaffel enden, aber aufgrund der positiven Resonanz auf die neuen DSDS-Folgen wurde die Show verlängert, im großen Finale traten nicht nur die Kandidaten auf, sondern auch Dieter Bohlen selbst. Dies fiel auch Bill und Tom Kaulitz auf, die in ihrem Podcast A Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, heftige Kritik an DSDS und Dieter Bohlen übten. Bill machte sich über die niedrigen Einschaltquoten der Castingshow lustig. Woraufhin Tom ironisch erwiderte, dass die Show aufgrund der fetten, fetten, fetten Quoten zurückgekommen sei. Er glaubt, dass die Show wiederbelebt wurde, weil die Quoten so gut waren und nicht, weil RTL einen Vertrag mit Dieter Bohlen abgeschlossen und bereits viel Geld im Wohraus bezahlt hat. Die Kaulitz-Brüder haben nicht nur das Format selbst kritisiert, sondern auch den Jurychef. Bill war besonders entsetzt über Bohlens Auftritt im DSDS-Finale und sagte, dass er unglaublich schlecht Playback singen könne. Er beschrieb, wie Bohlen die Gitarre umhängte und nicht einmal wusste, wie man sie hielt. Er sagte auch, dass Bohlen mit einem Vollplayback aufgetreten sei, während alle anderen Kandidaten live auftraten und sangen. Auch auf Social Media wurde Bohlen für seine Performance kritisiert, allerdings gibt es auch Rückendeckung für Bohlen, und zwar von seinem einstigen Schützling und heutigem Mitjuror Pietro Lombardi. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über dein Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen.